Dafür ist Ascadia bekannt. Rot und Blau stehen für Ladenschaft, bis in die Ewigkeit. Ascadia, Köpenick, unser Platz, unser Spiel, unser Verein. So, kommen wir zur nächsten Übung. Jonglieren. Immer derjenige, der passt, sagt die Zahl 1, 2 oder 3 und so oft muss dann der Gegenüber jonglieren. Das gleiche geht auch zur anderen Seite rum. Und los geht's. 1 2 3 2 1 Ja, der hat doch eine Zahl! 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 7 7 5 5 5 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 Nächste Übung. Und zwar ist das jetzt im Bereich Schnellkraft. Wir stützen uns ab an einer Auswand, an einem Tor oder an einem Zaun und bilden Rücken und Beine eine gerade Linie, sodass man lineal rauflegen könnte. So und los geht's. Und jetzt nehmen wir Tempo auf. Sehr gut. Und los geht's. Und jetzt nehmen wir Tempo auf. Und jetzt nehmen wir Tempo auf.